Die Aufnahme war für mich kein großes Erlebnis, weil jede einzelnen Musiker sind grandios und perfekt. Musiker zu sein bedeutet, immer alles auf der Bühne zu geben und die Menschen in eine andere Welt zu bringen. Für mich ist Klang sehr wichtig. Ein Klang muss deine Personalität zeigen und signalisieren, wer du bist. Die Präzision in der Musik bedeutet für mich weniger Perfektion, sondern das Treffen des Wesentlichen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Shoah Setzine оты und